Hoferwiese, wie euch benehmt, es geht überhaupt nie. Ihr habt mir total den Ostersonntag versaut. Als Kind in den 70ern war dieser Biergarten mein absoluter Lieblingsbiergarten. Lag allerdings mehr an dem Hockeyautomaten, der hier stand, als an der Lokalität selber. Während meine Eltern hier saßen und ein Bier tranken, konnte ich immer schön mit anderen Kindern an dem Spielautomaten da spielen. Die hatten so einen Hockeyautomaten dort stehen, wo man so drehen konnte. Da haben sich da drei Figuren gedreht und eine Stahlkugel dort drin rumgeschleudert. Das waren eigentlich immer ganz gute Spiele. Während meine Eltern hier aßen und ein Bier tranken, konnte ich immer schön mit den anderen Kindern an dem Spielautomaten spielen. Ein Groschen von meinen Eltern wurde da meistens auch zugesteuert. Auch seit der Neueröffnung vor ein paar Jahren hat mich ab und zu eine Wanderung oder Fahrradtor hierher geführt, wo ich eigentlich auch immer ganz gern mal saß. Aber nach meinem Besuch am Ostersonntag wäre ich wohl nicht so bald wieder hier auftauchen. Und wenn doch, dann doch lieber das kurze Stückl bis zur Heidemühle weiterlaufen. Wir sind gestern am Ostersonntag gegen 12.30 Uhr mit neun Personen hier angekommen. Und es war leider, wie allerdings auch erwartet, ziemlich voll. Für das Bier mussten wir bestimmt mehr als 10 Minuten Viertelstunde anstehen. Und beim Essen hat es noch länger gedauert. Ist zwar ziemlich blöd, aber nicht der Grund für meinen Ärger. Wir hatten dann alle ein Getränk und etwas zu essen. Und einer hatte sich nichts geholt. Dadurch, dass er uns aber essen sah, hat er dann natürlich auch Hunger gekriegt. Und packte eine kleine Schüssel mit mitgebrachtem Kartoffelsalat aus. Muss nicht sein, aber zum Anstehen wäre das zu lange gewesen. Es stand plötzlich im Mitarbeiter von dem Biergarten, das sich leider nie vorgestellt hat, hinter ihm. Und sagte, er soll das lassen. Das hat er aber gar nicht so richtig mitgekriegt, weil da stand er hinter ihm. Und angeguckt hat er die Frau da gegenüber. Und sagte, in einem Tonfall, so wie, raus her. Also so ungefähr kam das rüber. Jedenfalls hat er das gar nicht so mitgekriegt, weil dahinter ihm stand. Und aß in aller Ruhe sein Salat weiter, weil er sich auch gar nicht angesprochen gefühlt hat. Und wir, wenn wir den gesehen haben, wir mit Blick auf ihn standen, kriegten schon fast Angst so ungefähr. Da kommt der ganz Böse. Ja, und nachdem der gemerkt hat, dass der weiter ist, ist der total ausgeflippt. Ich hatte eigentlich schon gedacht, der wird handgreiflich oder sowas. Ganz Böse sagte er, wir sollen abhauen, sonst ruft er die Polizei. Röst die Hunde los! Ja, eine Freundin hat dann versucht, das Ganze zu schlichten und ging mit ihm dann zum Geschäftsführer. Als sie nach ein paar Minuten wiederkamen, verließen wir dann trotzdem ziemlich schnell und frustriert das Lokal und machten dann eine zweite größere Rast im Biergarten an der Heidemühle. Hier war nicht so viel los, wir brauchten nie anstehen und hatten wenigstens dort noch eine schöne Zeit. Ich jedenfalls wäre mich so bald nie wieder in der Hofewiese sehen lassen. Die gerade mal zwei Kilometer bis zur Heidemühle, die sind ja nun wirklich nie weit zu laufen. Schade.